Spielverderber So, ihr guckt, das gibt ne Anzeige Twitch? Nein, nein. Einen Clip wollen wir nicht erstellen, gell? Discord Oh, kannst du gucken, gell? Dreh mal hier gerne bei Oder adde mich, ich heiße Spiele Gamer Kannste auch gleich machen, Black Beast Warte Äh Du musst nach links abbiegen Du wirst jetzt merken, was der sagt Wenn er dein Rad anderes, als dein Rad sagt, dann musst du dann umdrehen halt Ja, dann müsstest du rechts fahren Rechts musst du fahren Glaub ich Hm Ich wusste es, das ist der Justin Irgend Den kenne ich doch auf Discord Hat er gemacht? Nix, aber ich wusste, ich wusste, dass leider nicht das war Ja, guten Morgen Ja, ich kenne nicht, sagt er nix Ja, du musst auch nicht jeden kennen Gelle Baby Ich muss auch nicht jeden hätten, haben wir gedacht Hm? Ich muss auch nicht jeden hätten Wer Wer So Auf Discord Ich geh gerade um Schlauch Ich geh gerade um Schlauch Ich schlau Ich bin schon groß Ich bin schon groß Ich bin schon groß Ich bin schon groß Wir sind schon groß Und jetzt Ich bin schon groß Ich bin schon groß 5 ja wenn du willst kannst du dann aber nur enter drücken da brauchst du kein grund unbedingt angehen meister zu hause regnet es bei mir bin ja eh nicht zu hause das heißt wie bitte habe ich auch jetzt alles von mir habe gesagt warum gibt ein küschen doch dann bist du klein recht tax cleaner und was richtig mit links abbiegen ein beträgt ach so dann hatte ich doch als erstes recht recht danke großer möchtest auch großer genannt werden oder willst du noch mein baby genannt ja das ist zweiter frage ich bitte den zweiten teil nicht den ersten nicht den zweiten bitte den ersten teil bis zum zweiten teil nicht oder ist das den ersten zweiten hoffe ich doch oder ich bin den ersten teil ja ist doch meine entscheidung als spieler hatte ich bis zum zweiten teil zusammenspielen ich habe heute schon gespielt noch auch schon eine stunde lang gespielt das hast du das weiter oder was habe ich doch habe ich doch angefangen zu machen weil wirst du schon weit na wie weit aufbauen zu drei ich habe brauchen sogar schon ja ich bin ich bin ich bewege mich schon auf bronze vier wir brauchen hier gold 1 aber brauchen sie vier so schlecht dass bronze 3 oder nicht und wenn der bronze 4 hast kommt auf gold 1 was das für eine logik muss man das die muss ich auch nicht verstehen dann vor der uni so da warst du noch abgestuft also kriegst hören ja meine ich auch das muss ich da auch so sein da kriegst du doch mal 9.1234 ob fünften gibt weiß ich nicht aber nicht was ein shooter game glaube ich wie viele kinder du bist ein kind nein herr doch der richtige ja wenn du ein trick ist auch ein baby nein oh klatsch babys sind aber keine kinder doch nein was sagst du black black beast ob babys kinder sind meint er darum diskutieren gerade oder du bist gerade uns einigen das verfahren wir dich hast du dazu sagt wirklich na komm fängt euch ich brauche so vieles alte hat der richtige schnurren tut bei mir kleiner hat nun klar das ist damit oder themen ging jetzt da vielleicht noch nie Klopf klopf! Los Robert! Oh man, ich dachte Mutti klopf bei dir. Ja gut, ist nicht so schlimm, wenn ich mir einscheiße, ne? Ich bist ja schon versorgt. Ach komm, leck mich doch im Arsch. War das ne Einladung? Ne, ne, ernst gemeine Frage. Mach ich gerne. Na, ne lass mal. Nein. Du lieber nicht. Päckis. Kannst du meinen Ausschlag lecken? Nein. Ich glaube auch nicht, ich hätte. Hätte, hätte. So steht ihr aber Frauen. deswegen hast du schon eine freundin ich habe auch noch keine freundin ich habe auch noch keine freundin ich habe schon eine freundin bin schon vergeben sehr witzig nein krieg ich einen keks von dir was für ein keks normaler keks sehr langweilig hat eine beilage ach so ne dann kommt silber 1 nach branche 3 wollte ich auch sagen kann er nur nach oben gehen nicht nach unten aber keinen sinn also das kommt box 1 haben wir schon da kommt es ist ein dann silber und dann gold ist das nur ein ding zum teil 1 so was komische wagensystem na die machen das so komisch da kenne ich auch jemand der komisch ist du ne dich ne das war doch nur ein scherzcleaner ne wie dein kleiner netto ja ich bin dein baby we pay und mein kleiner ja ja schön aufs maul gelegt wieder ja aber ich habe am ziel am ende und da habe ich trotzdem reingeschaut klatsch wollte mich aufs maul gelegt haben es ist immer schön wenn man vorm zieh aufs maul fliegt ne man sieht das ziel und dann legt man sie aufs maul klatsch ja und dann du siehst das hier fliegst ans maul und gehst trotzdem rein klatsch ja und dann sagt du trotzdem bist geflogen echt gescheitert ja reingeschissen oh ich bin auch fast wieder mal geklatscht ich bin gut eingepackt hui klatsch hast du erst geschnaufe schon wieder ne ich sag nix dazu baby wieso? muss ich das? nö au gibt's nicht hm ooooh oh ja hm 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 Guru das ist der Kling Davies geblitzt wird ja selten geblitzt für dich stehen ein kontrolle am pülsbach im wald lang ja deswegen ja also bei mir kannst du sagen ja also überall die alte stelle weißt du ein schnuggi schraub ich geschissen was sie sich denkt wann bist du da am ziehen wer der osterhasser ich dachte nikolaus 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 komplex 21 uhr irgendwas 21 10 ja aber du bist ja früher losgefahren ja ich weiß ich weiß nicht muss ich nach gucken fahrplan ich will es nicht da oben bei dir wie lange noch fahre doch bis 21 uhr das ist so perfekt da wo ich weg muss die stimme zerstellt ja aber was soll sonst die leitstelle machen ja man soll ich mir was zu essen machen oder was welchen die röhre gucken ja bis 21 22 die bümmel ich war noch 20 minuten fast ja oder bekommst dass man mein betrieb reinklängen was die fischung dazu ist das interessiert mich keine ahnung siehst du da unten bei der gut auf die zahl mich interessiert ja wenig eher weniger das sind nur zahlen damit seine frage auch beantwortet was das ist nur zahlen sind wie wir gerade zuschauen das mache ich auch so kleiner ich bin geklacht und ich habe es geschafft klatsch wie sie gerade zwei zuschauen stehen 15 weiß der koko wird die zahl ähnlich aus und das sind wir so nicht haben wir fünf zuschauen oder 20 in der zahlen meinen augen da sind wir abonnenten wichtiger ist dann wieder kohle ist das bis zuerst und sicher wohl ist immer gut wollen wir keine kohle und sind wir leider nicht ich war es nach der folgen die welche und du kriegst dann durch die kälte ja schon wäre es das war eine schöne würden sie aber alle irgendwelche bots kaufen oder so was solche faxen zu sagen ganz genau das wird das zu trauen bekommen wenn ja wenn man folgt auch noch eins dann wenn man sich kurz kauft und davon wie viel ja ist ja egal aber dass wir dort mit eingeregen weißt du da kann ich auch bescheiden ja dankeschön anstelle wer du ja ich doch nicht ich finde sogar wenn du auf einmal deine stimme wechselst wechseln das sind vierte spiele gehen wir stehen wir sind es war nicht gerichtet ich finde sogar wenn auf einmal deine stimme wechselt was dachte deswegen habe ich ja gesagt wechseln jetzt welche mitbringen können hätte hätte ist doch egal wobei gelaufen hast ja auch bilder gemacht bei edeka gab es hier windeln netto gas windeln und dm jetzt welche mitnehmen können eine aufs ob deine größe zusammenkram das war eine größe 9 die das sehen hast und gibt es nicht mal 6 wenn überhaupt oder ja ja hey wie was denn du musst noch einen sekunden herr warte ist am an einem am bild und dann musst du noch zwei sekunden haben wir verfröhung was sind die kontrolle drin ist ja nicht ja weil hier steht noch nicht dass damit auch stehst doch bin ich aber da wo ich die meistern ich weiß ja die heiße bisschen versetzt ja aber ist ja nicht angezeigt ja mir steht doch keiner rein dann gebe ich da bei kölner straßen weg ja bei ihnen mal eine schleife dann hinten über unter kassel oder kannst ja kurze dwindel pause machen oder fahrschäden lang gerne kann auch straße ja meine händen über unter unter kassel dann dahinten abwächst dings gedünst warte ich guck gleich gerade am hirklümpel dings pum 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 spiel wie wächst auch nicht wenn du drauf auf den roten knopf solltet man nicht drücken ja ja auf den knoppen oder was mhm der hat aufgelegt ups stimmt's klener keine antwort ich bin jetzt nicht angesprochen wie ein klener da kenne ich auch jemanden der klen ist nein du halt doch ich mein dich nein ich bin schon groß so gut die maus ist fertig macht jetzt essen jetzt ist das am tabblatt an jetzt ich bin klein wir meinten auch nicht die anfang und kurz sagen gemeint ich meine den kleinen hohen scheiße nämlich nicht keine hosen scheiße was denn nix wieso also auswärter bedeuten warte mal kurz mclean genosen scheiße wenn meine mutter sind die nachricht alle wieder weg und schiss gesagt spiele wieder ein wunderholz natürlich in unserer anwesenheit glaube ich wenn überhaupt so ist er nicht drauf ich glaube ich nicht kleine scherze machen aber ich glaube ich habe gehört in der leitstelle umgestellt haben oder reingezogen das hat man gehört dann in der vielleicht schon mal gehört deswegen halt ja da kann die hand mal ausrutschen das ist der wurst fragen eins und öffentlicher betrieb das können straßen kann eingestiegen denn du sind nebenbei da war da ja aber alle und da muss eine neue türen du bist das gar noch gar das korn ja linien pexas loka ja ich merke mich nicht so wie 50 minuten lp 30 34 königs werden am bachmittler die kriegst du jetzt auch das gehört in kölner straße stand keiner ja aber trotzdem anhalten können habe ich doch den kann ein ja ich habe doch na das dauert doch bis die zeit runter geht er denkt sich kann da warten oder was ja ganz bestimmt noch warten können 6 ist noch die zehn sekunden es waren noch zehn sekunden die worten ja dass ich erwarten soll doch auch gesagt dass ich bewahrten muss trainer naja ist auch was die kackfurst habt ihr einen kontrolleur hingesetzt bei rindsalzweg bittet erwarten rindsalzweg ist glaube ich eine 30er zone kenne ich muss doch noch mal sagen wenn ich in der nähe bin so war ja vorbei oder ich war ja mache ich bis wieder da wieder von klingelt antwort anfrage waren wort ja und bist du drin das war gerade auch meine frage warten die denn hier auf dem hoffen hoffen christkind aber auch noch aus hat auf nikolaus also linien pex hast du oder oder ich helfe dann bei reinziehen 21 1 geht es los das zentrum umlaufwagen 6 meister anton was ich bin klein und ist zu klein hat keiner gesagt dass ein windel scheiße nur spaß haha sehr lustig hat er geschrieben an anton der klinge auf uns geschrieben was er gesagt dass ich in hosen scheiße bin dass du auch keine hosen scheiße was mache ich nicht was mache ich nicht dass du was machst du auch nicht und ist wieder hosen scheiße hoffe ich dass es gibt grund dafür lieber nicht dreifach gefickt habe ich dich mich darf ich ja aus einer einladung ja das geht jemand hat mich auch hier jetzt gibt es hier der ausgang hat mich angeschrieben und hat mich gefragt erzählen können und gesagt wenn es nicht wenn es nicht wichtig ist dann nicht hat das schrieb dann halt nicht jetzt fragen können warum habe ich doch schon wollte das nicht immer machen sein ernst warum klingt sicher als das macke da kann ja immer mehr ist mich schon wieder warum nicht wegen das ist die eine jetzt musst du die nächste noch zwei eine minute aufruf die kannst du die paar sekunden haben das habe ich dann verspätung das ist ein inklusive macht das ist ja woher siehst du das auch so guckst mir nicht zu für sich angesprochen über kleiner wie groß 1 also knapp zwei mehr noch nicht ganz wird ein bisschen was ich habe gesagt fast zwei die mithalten so kann ich lange ist ja kein 1 1 90 bist du nicht doch man haben wir echt ne mag haben wir uns sechs minuten schon war doch wieder anwesend da hast du da die pausse genossen deine hauszeit 20 minuten hast kannst du hier sehr benehmen und auch ist gleich noch eine auszeit haben jetzt schon was ich habe den kürzesten du ach so ja gut dass du sagst meine gute noch 20 sekunden also passt dann habe ich genau 00 eine verspülung quasi naja kriegst trotzdem dann bis nicht verspät ja die zehn sekunden oder was wir machen wir nicht aus ich bin die klänen schon groß ich habe kein kontrolle einwitzig oder da musst du die toffen lassen die ist offen und statt mir keine bisher jetzt meine fräse los in der stunde park meckles ich gebe euch einen 20er preis kühlen aus in der stunde elf park meckles irgendwohin oder was manchmal ja club sony ist man wohin bewege ich krieg jetzt ich krieg jetzt eine werbung wo hier jemand sich gebumst wird was für werbung kriegst du dann eine zeit schmuggelwerbung ja was für werbung ach von hicklen punkt punkt 2 ach so ach du meinst bei mir werbung ach ne bei mir hat er gar nicht geschaltet das sind vier minuten was pressküken noch mal der chicken nuggets oder was also ich würde gerne welchen nehmen soll ich nicht mal ich glaube ich glaube ich glaube ich war schäbig was soll diese komische sehr unseriöse einladung das kann auch zum timeout führen das ist aber länger dann am hebel jetzt ich kenne ich irgendwie irgendeiner form dass ich mich auf irgendwas einlasse mit dir hat zwar knicken und jetzt irgendwo hinkommen oder was ganz bestimmt kein geld kenne ich noch nicht mal das kommt dazu meine ich eher wenn du mir das fragen würde ich kenne dich schon länger weil er was anderes wenn sie ja sagen würde weißt du aber er ich kenne ja kaum wir kennen uns seit vier jahren ja und ihn kenne ich als gefühlt ja dass ich mir auf irgendwas einlassen mit ihm in die person sogar nicht weich aha gut das hat er nicht um uns gesagt die gleichen ausflug haben oder wir sind verwahrungen als haben eine mündliche die regeln bestätigen wieder ja und er wird dann freiflug kasieren weiß wie viele minuten nicht jetzt eingegeben habe 60 mhm wie sekunden sind das naja ich brauche eine rtw glaube ich ne ich habe auch 3600 ach die bull brauche ich auch ach mhm mhm natürlich die haben die kontrolleur verkloppt oh man nein die bullen ja und eine rtw für den kontrolleur da hinten die bull für den fahrgast christen den melden auf der schnauze im kontrolleur ach nee fahrt durch jetzt am besten scheiße auf die punkte du musst dann durchfangen komplett du bist gleich eh am ziel also sitzt mit einer ähneltestelle geht das nicht hm das ist mir noch ein ähneltestelle mit drei minuten oder geht das nicht ja aber nee das geht dann ist die klar weil kontrolliert aber nicht weiter die fahrgäste er die kontrolleure also dann ja dann stelle ich ihn dann nix der alte stelle an dann muss halt eben bis zum mitverspätung rechnen macht aber drei minuten enthalte stille also die enthalte stelle ja oder geht das nicht ist das ritter ist das ritterpfad wärst ja ich weiß ja nicht ob das richtige wäre es ist es gibt mehrere wärsthalte stillen wahrscheinlich normal dritterpfad von mir aus habe ich noch drei halte stillen bis dahinter ich habe mal beides gesetzt sichert habe auf beiden halten stellen was ich da wurde jetzt anhalten halten muss nichts gehört mhm ja genau das bescheid weiß klären zu tun mit dem auto mit uns aufs maul weißt du weil ich ihn nicht kenne weißt du hallo ja und das werden dann nennen wir dann körperverletzung dann kriegst du eine anzeige ja ja aber nicht ich ne dafür kriegt er dann eine anzeige der kleine kann er gerne haben wenn er will telefon liegt griffbereit du mit dem kommentar mal telefon liegt bereit sagst du da auch immer nein hast du doch auch bei mir versucht zu machen nein na doch nein soll ich tiktor video abspielen kenne ich nie was ist tiktok ach komm fick dich ui geht schlecht alleine kannst du mir gerne helfen ne ne lass mal ne man kann sich schlecht selbst ficken geht leider nur zu zweit mindestens du hast doch ein ähm bestellt du weißt womit ich meine naja ja stimmt ja funktioniert leider nicht so wirklich ne an der hinten rein passen würde ähm ähm muss man das jetzt hier besprechen unbedingt ja ne ne was soll er sich da denken ja warum muss er sich ansprechen darf man das nicht ja du warum muss er hier sein ja an dieser halte stelle die du jetzt anhalten musst achso ne die halte stelle muss nur das war nur die kurve das danach muss ich anhalten also er hat wir kommt und die bullen die bullen brauchen drei minuten rtw eine minute man muss halt warten mit der türen aufmachen hat er kann zum motor ausmachen hat er ja ja ne das ist von gerade aber wegen der werbung nur hat er sich wieder geschrieben alles gut keine sorge hat er sich wieder geschrieben jetzt habe ich in der werbung die werbung ist weg ich bin auch drin keine sorge hallo guten abend wenn du auch vorne aussteigen zur not die ronis da habe ich auch vorne aussteigen können die idioten nein ich habe doch sagt dass man zulassen eigentlich aber die kanäle abhauen nicht nö wir bestehen in japan achso und die kontrolleure steigen aus die fahrgäste alle nee so kann man aber nicht kontrollieren und auf dem wird die fahrgäste bus so ist es nicht noch genug da noch oder nur noch noch hast du richtig verstanden ui mein baby wird schwanger von wem nach mir lass mich nicht mal schwängern kleine scherze verstehst du auch nicht ja doch ui scherz noch ein baby ui baby was er sich dabei denkt keine ahnung kann man ja sagen wenn man auch will der muss ja nicht und er dürfte sich nur den Kopf schütteln mhm da kenne ich auch jemanden das nochmal jetzt fängt er auch an ich lasse mich kein von euch schwängern echt du also nicht er also nicht er also ja das ist bei uns normal wir reden immer so aber der in er geht auch grad mit hier ein auf ein oh ups tschüss bis in einer stunde ja mhm wir haben ihn gewarnt ja wer nicht hört muss führen das sind ja auch immer und von dir ne passt nicht von mir das habe ich von selbst aber mit seiner freundschaft habe ich von dir da habe ich nie gesagt noch 30 sekunden kommen dann die polen hier rumkloppen auf den tisch hatt kann ich auf den tisch rumkloppen dann mach doch mal dann mach doch mal mach ich dich doll ist ein holztisch der ist robust hart wie stahl immer selbst aufbauen musste ja moin da kommt man richtig den raso drin so die bullen haben ja holt holt tsch das könnte weiterkontrollen die ronis und fertig die fährt 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 ja die natur ich glaube es kommt keiner mehr da können wir gleich schließen das ich glaube ich es ist gut fahrer kannst du jetzt aussteigen alte haben kann ich ja die leitestelle dicht machen na oder ich fahrt danach eine tour ich musste halt eben warten wenn jemand reinkommt und ich bin nicht da was nun bin ich klein bin schon groß das stimmt ist auch riesig groß aber das die ich jetzt ja achte ich mir machst du gerne wenn ich auch von mir muss das gerne nein doch die wahl fertig mit essen 21 uhr schon spät sie hat gesagt sie macht essen als sie schon fertig tja aber die kampscheiben brauchen ein bisschen länger und daher auch länger ist ein jahr in er hat die kampscheiben das ist da drin nach fleisch soll das sein kannst du die nicht leider nicht hat mir nichts kannst du überhaupt was schnitzel ich weiß das hast du hast gesagt du findest